so da vorne sind versteckt wir müssen umdrehen da sind wir nun also versteckt da hinten menschen was war das gerade das war die Beine von dem Schild da aber das hat grad voll merkwürdig ausgesehen das hat ausgesehen als hätten die sich bewegt ohne Witz ey ohne Witz sag ich ohne Witz ohne Wichs was so mauti stelli stauti meli was macht die meli keine Ahnung so hier machen wir mal einen gemütlichen ach ich wollte doch eigentlich von klein nach groß ach egal machen wir jetzt einfach große und mittlere und dann dann ist das auch so vielleicht kann man doch kein gemütlichen machen hier müssen wir doch ein bisschen mehr Gas geben wobei auch mann ey Alter das war auch sehr knapp gerade davor war es sehr 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 knapp oh doch nicht 10 26 was ist denn jetzt wieder los meine Damen und Herren also ohne Witz Diese Kurve, die war ja gerade noch perfekt. Diese Kurve hingegen war ein Ballermüll. Diese Kurve war cool. So, die Hälfte haben wir schon hinter uns. Okay, da vorne kommen wir jetzt in den Kopf. Da vorne sind sie, ich habe sie gerade gesehen. Da sind sie. Ja, ich war ja hier auch ein Renntungpenner. Es gibt nichts von Gas. Gehe auf Korb 3. Kommentar in zartlicher Richtung. Hinter der von Grand Terrace. Grand Terrace. Kein Sichtkontakt mehr. Stand by, scheint weg zu sein. Stand B. Vergiss das, er ist direkt vor mir. Und jetzt bin ich nicht über dir gerade. Moment, ich muss hier mal rechts. Linker kann ich alleine entsetzen. Sie sind kaputt. Sie sind kaputt. Ne, sie sind nicht kaputt. Wir haben die ausgebaut, weil Gewichtersparnis. Das ist ein Linker, der Wiktor. Parkang. Das macht sich alles bemerkbar, meine Damen und Herren. 3, 2. Herr bitte schnellstmöglich, Lagebericht. Nimm mal an den Rand, nicht neu. Okay, okay, okay. Gah! Okay, nur fliegen ist schöner. Deswegen machen wir das jetzt mal. Das Auto sieht aus, ey. Total zerquatzt. Einheiten der Code 3 Verfolgung. Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet. Code 3 der Einheitenverfolgung. Ey, da vorne ist das Ziel. Da muss ich mal kurz eine Nachricht schreiben. Augenblick, 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 Augenblick. Äh, äh. So, fertig. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht's. Das ist zweitensel semi-method. Germanäping, Augenblick, 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 Augenblick. cyx-Hendsgi-Hends nord- dumournie- Saint-Hein-han-hi-vee, Frau Christian. Unter hat ist zu spät ich bin schon weg das andere konnte ich nicht sehen was wir noch brauchen wir werden es gleich herausfinden denn wir fahren jetzt noch dieses Sprint Rennen und dann geht es in die richtige Verfolgung freut mich drauf dann haben wir Kopfgeld und dann haben wir dies das und dann geht es zum Razer und und vielleicht deswegen zusammengeworfen das hätte man nicht mit der Handbremse machen müssen aber ist auch egal oh hast du gesehen die da unten macht eine Straßenblöcke super kommen die anderen nicht mal durch wer auch immer so hui hui da war eine Wand im Weg hui da war ein Auto im Weg hui noch ein Auto so ok das ist gut war ein bisschen mit Absicht aber hey ach ja ich muss gleich noch eine Nachricht schreiben tut mir leid dafür sag mal das eigentlich tut mir leid dafür doch eigentlich schon ne aber einfach das tut mir leid hätte glaube ich auch gereicht egal ach mein Gott ey das Schlimme ist ja hier das Mikrofon da nimmt ja irgendwie einfach alles auf deswegen hört man auch diese Bingen von meinem Telefon so naja oder die Tasten tippen wobei wenn jetzt hier so bisschen lauter ist äh das Tasten tippen glaube ich gar nicht so boah und da pinkt das schon nieder oh ok da vorne haben wir Kops schönen guten Tag äh können wir das vielleicht verschieben ich bin ja gerade nur auf der Durchreise du hast gar nichts eingeholt du hast mich per Zufall gewonnen versuchst du entkommen 1 2 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 10 Müllsäcke, wer macht denn sowas? Augenblick, Augenblick, Augenblick So, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung Äh, weiter geht's Dann machen wir jetzt mal ein bisschen langsamer Vor der E, neun Minuten Verfolgungsdauer Und Sachschaden Und Nagelband Acht Schirm und Wie ist das? Weißte mal Von dem anderen haben wir auch noch irgendwas gekriegt, was ich Vergessen hab, ich weiß gar nicht mehr, was das war Was die alles vorhaben, in irgendeinem machen sie doch nichts Ich hab gar nichts gehabt Ja 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 Alles umfahren Müll wegräumen Kaputt Da ist Gott nicht neuer gespawnt Also ja, kann man ja mal machen An alle Einheiten, der Einsatz ist jetzt Alarmstufe 2 Wiederhole, Alarmstufe 2 Ja Ja Das ist ja auch ein Streifenwagen Da hat es auch ein Streifenwagen Das ist auch ein Streifenwagen Das ist auch ein Streifenwagen ich bin gar nicht in komm ich stehe genau vor die penner hinter dir neben dir was ist denn die einsatzprämie was will der vom kühler was hat er jetzt da gemacht ohne witz die kann man keine zwei meter alleine lassen dann fährt doch wer sich nicht zur verfügung gestellt und dem perimeter hier kann man doch schon noch mehr und 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 noch mehr dann macht irgendwie fast gar keinen sachschaden wenn man hier irgendwas umfährt fährst du hast ein auto kaputt und passiert nix ich hoffe ich habe meine gesamte verstärkung verloren du hattest nie verstärkung gerade du penner ist doch jemand verfügbar nein hier ist niemand verfügbar meldung an alle einheiten die einsatzleitung hat die alarmstufe auf 3 erhöht er fährt einfach weg ok bisschen sachschaden machen ja ich habe sich kontakt ah er kommt jetzt von da ok hallo oh rinus hi na wie geht's wem junge theoretisch dürfte er jetzt die verfolgung ein bisschen krasser werden mach ich gar nicht ich habe die unterstützungseinheiten verloren ist noch jemand verfügbar ach der steht da hinten irgendwo rum kommt mit vorwärts er hat mich ich bin direkt dahinter okay sierra wiuuuu der verdächtige versucht mich vor der straße zu drängen aber das ist gar nicht wahr, ich wollte nur bisschen sachschaden machen Hey wir dümpeln hier mit 130 kmh durch die Tiefel. Okay, das war jetzt noch ein bisschen gefährlich, aber hier guck mal, hey ich hab gar nicht gebändet, doch hab ich wohl, nein hab ich nicht, doch hab ich wohl, nein doch, nein doch, nein doch, da vorne ist ein Nagelmannsperre. Ich fahr hier auch nicht vorbei. Wir hatten zu wenig Nagelbänder, verdächtiges Fahrzeug ist weiter fürchtig. Ja das ist richtig. Ich fahr hier momentan noch so locker rum, mit so lockeren Spürchen und so. Oh, ich werde mal wieder geschnappt ey. Ich glaube jetzt kann man doch so lange noch mal ein bisschen Gas geben. Boah. Ey guck mal, Ziel, ich hab gewonnen, juhu. Uh, Nagelmanns. Boah, viel zu spät gesehen ey, ohne Witz. Glaub ich nicht. Die Tür ist locker noch dran. Okay, also jetzt ist das hier schon ein bisschen krasser ne. Wie gerade eben gesagt. Jaja, ey weißt du den ihr Tank vom Helikopter ne. Der muss, der reicht auch nur für zwei Sekunden. Den Heli, den würde ich auch direkt in den Müll werfen. Ja, so heftig war der auch nicht. Könnte heftiger gewesen sein. Drehs ja noch also da. Ja, hast du ihn gesehen? Der fährt einfach von selber irgendwo gegen. Da ist der. Hier, willst du mal fliegen? Ah, schade. Oh, er ist gefogen. Hä, wieso? Ich mach doch gar nicht. Ich bin doch ganz lieb. Ich muss mir noch nichts für Speed Underground kaufen. Ich will, als nächstes, also nach dem hier, will ich Undergons sagten, dann Undergons 2 und dann kaputt. Klingt nach nem Plan, gell? Der Fahrer ist nicht über die Nagelbänder gefahren. Ja, ich bin doch dann vorbei gefahren. Dann kommt, vorderer Rolle 1073 an. Vielleicht sogar eine 1075. 1075? Was? Bist du dir sicher? Ja. Ich weiß nicht mehr, was das heißt. Ich hab keine Ahnung. Wir sind bei den Verdächtigen dran. Wann ist der schnell? Naja, 170. Geht. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. Ist ja gar nicht wahr. Fahr mal jungen. Highway. Fahr mal ein bisschen mehr Platz. All alle Einheiten der Code 3 verfolgt. Hi. Nein! Oh noo Oh ohne Witz Oh noo Noo Debug error Programm G nicht verspielt Exo Pure Vital Function Call auf welchem wege wird es jetzt abstürzen ich habe leider keine ahnung ich hab das noch nie gehabt wiederholen oder ignorieren scheiße wiederholen speed exe funktioniert nicht mehr ach man ey ohne witz ach scheiße ich starte gerade neu das spiel